Ja, Mahlzeit Mittag. 1 Uhr glaube ich ungefähr. Ja, ein kleines Wielchen. Ein bisschen Haushalt. Mein Sohn kommt gleich gegen 15 Uhr. Heute gibt es bei mir hier leckere Weizenbrötchen. Zwei Stück oder so. Und was habe ich noch da an meinem Vorrat gefunden? Das ist Schleekonkale. Letzten zwei Tage habe ich mir so Hot Dogs gemacht. Die letzten paar Würstchen habe ich mir hier eingefroren. Ein bisschen Hot Dog Würstchen. Ein bisschen Hot Dog Brötchen. Ein bisschen Ketchup Mario Senf. Oh, das habe ich nicht, aber mit Weißzwiebeln. Ja, ein bisschen was für mein Sohn eingekauft. Ein bisschen Pizza, Lasagne, Milchmäuse. Ziem schnell das Wasser hier abdrehen, jetzt abwaschen. Und dann schmeiße ich die Brötchen fünf Minuten in die Heißluftfritteuse. Und äh, dann ist es Mittag.